So, und ein ganz kurzes Anfangsvideo. Also, wir haben jetzt angefangen, hier für Ostern zu schmücken. Ostern ist Hasi. Und Hasi ist jetzt hier bereits mittlerweile bei uns in der Waikiki-Bar. In Pfann. Ja? So. Hier oben schön mit Eier geschmückt und so weiter sofort. Und jetzt zeige ich euch gleich noch einen absoluten Hammer. So, und jetzt guckt euch das hier an. Guckt euch das an. Der steht hier so da. Auf dem Tresen. Der Kollege. Ist das nicht der Knaller? Guck mal, wie puschlich der aussieht. Das ist ja der Ohr. Der aussieht echter. Ja. Echtes Osterhasi. Also, macht's gut. Und wir sehen uns. Und die, die hier sind, kommt vorbei und trinkt was. Ciao.